Hi! Hi! Wir sind Hashtag Nimmers, wir sind Hashtag Beste Freunde, Hashtag Music Lover, Hashtag Fangirls und Hashtag gespannt auf das, was die anderen gleich sagen. Also, what about you? Oh mein Gott! Ähm... Ähm... Äh... 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 Yay! Hier sind die Kinder und die Kinder. Wie würdest du dir selbst in fünf Hashtags beschreiben? Märchenfünf-Hack-Share? Crazy, Sexy, Cool, Black Diamond... Scheiße, das ist ein Merk. Frau, Frauenpower, Energie, Positivität und Liebe. Schön! 2 an 8. Äh... Entspannt. Äh... Ungeduldig. Das ist geil, weil das voll der Gegensatz ist. Ähm... Bisschen eitel. Woher Seite hast du gesagt? Fünf hast du gesagt, ne? Ähm... Überdreht. Und... Gutes Wetter auch noch. Ich weiß nicht. Diskalkulie. Ich kann nicht rechnen. Äh... Hashtag, ich bin zu groß für die Selfie-Kamera. Oder ihr seid einfach zu klein. Das kann auch sein... Äh... Ich bin auch mit Kamerafahrt. Immer beschreiben. Laut. Lustig. Ähm... Viel... Viel rauchen. Viel Kaffee. Und... Äh... Immer mit Leben dauert das. Bäääh! Busy... Ähm... Weißt du noch? Ähm... Was würdest du dir denn sagen? Was hast du noch gezwungen? Passionate. Passionate. Auf jeden Fall. Hashtag Fashion. Äh... Sleepy. Auf jeden Fall. Auch gerade. Was gibt's denn noch? Ähm... Inspiration. Ich weiß nicht, du bist ja Inspirational. Oh, das war super süß. Danke. Ja. Das sind doch gute Hashtags. Kannst du mich in fünf Hashtags beschreiben? Musician. Aha. Wer extrovertiert? Hashtag individuell vielleicht? Ja. Finde ich viel spannender nämlich. Hört ihr mich mit rein. Hört ihr mich mit rein? Vielleicht schon so tiefgründig. Ähm... Weil so meine Mutter auf jeden Fall immer so sehr doll so von mir erzählt. Und persönlich. Hashtag, äh... Man denkt, er wäre... Nee, okay, warte mal. Hashtag möchte gern. Hashtag manchmal. Hashtag ist. Er... Witzig. Okay. Manchmal. So, ich versuche es auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir genau das gleiche machen. Okay. Ein Hashtag. Ich bin so ein Hashtag fangirl. Was soll ich sagen? Ich bin, äh... Hashtag spontan. Spontan. Das ist sehr gut. Abonniert hier auf jeden Fall, Leute. Supportet hier auf jeden Fall. Hashtag nimm es. Und jetzt kannst du dich hier anschauen, wie es auf den Number of the Awards im letzten Jahr war. Und hier siehst du, wie es auf anderen Veranstaltungen so abging. Schreib mal in die Kommentare, wie du dich in fünf Hashtags beschreiben würdest. Gar nicht voll so einfach. Tschüss. 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 Okay. Haha.